Herzlich willkommen zurück. In diesem Video kümmern wir uns jetzt zum ersten Mal um das tatsächliche Berechnen von Extrempunkten. Dafür solltest du jetzt bereits wissen, wie man Polynomfunktionen ableitet und du solltest wissen, dass wenn x0 eine Extremstelle ist, dann gilt f' von x0 ist gleich 0. Also, wir müssen uns merken, wenn wir einen Hochpunkt oder Tiefpunkt haben, dann ist die erste Ableitung dort 0, also dort haben wir eine waagerechte Tangente. Die Ziele für dieses Video sind, dass wir Extrempunkte einer Polynomfunktion berechnen können und dass wir dann aufgrund der Nullstellen und Extrempunkte den Graphen dieser Polynomfunktion möglichst gut skizzieren können. Also gut, schauen wir uns die Aufgabenstellung als erstes einmal an. Gegeben ist die kubische Funktion f mit der Vorschrift f von x ist gleich 1 Zwölftel mal x hoch 3 plus 1 Viertel mal x Quadrat minus 2 mal x minus 5 Drittel. Der erste Arbeitsauftrag lautet nun, berechne die Extrempunkte von f. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Also gut, aber wie kann man jetzt Extrempunkte eigentlich wirklich berechnen? Dafür gibt es einen wichtigen Trick und dieser Trick basiert auf dem folgenden, noch einmal zur Wiederholung, Ist x0 eine Extremstelle, dann gilt, dass f' von x0 gleich 0 ist. x0 ist die Extremstelle und damit der x-Wert vom Extrempunkt. Nur zur Erinnerung, wie wir zwischen Stelle und Punkt unterscheiden. Das bedeutet jetzt aber, um jetzt Kandidaten für unsere Extremstellen zu finden, könnten wir doch f einfach einmal ableiten und dann schauen, wann f' von x gleich 0 ist. Und das ist genau dieser wichtige Trick, der heißt auch erster Ableitungstest, den du dir unbedingt merken solltest. Hier werden wir das jetzt einfach einmal durchziehen. Also als erstes betrachten wir die Ableitung von f. Die Funktionsvorschrift wäre dann f' von x ist gleich 3 zwölftel mal x² plus 2 viertel mal x minus 2. Wir können hier noch ein bisschen was kürzen, das schreibe ich jetzt hier noch weiter. Das ist dann damit ein Viertel mal x² plus 1 halb mal x minus 2. Gut, im nächsten Schritt schauen wir uns an, wann ist f' von x gleich 0. Also wir suchen jetzt die Nullstellen der ersten Ableitung. Das bedeutet, wir können einfach die Funktionsvorschrift gleich 0 setzen. Also betrachten wir ein Viertel mal x² plus 1 halb mal x minus 2 ist gleich 0. Also wir betrachten, wann f' von x den Wert 0 annimmt. Als ersten Trick können wir hier mit 4 multiplizieren, damit die Sache ein bisschen leichter wird und bekommen dann die quadratische Gleichung x² plus 2x minus 8 ist gleich 0. Wie wir jetzt diese quadratische Gleichung lösen, dafür gibt es verschiedene Ansätze. Eine Möglichkeit, die man gut verwenden kann, speziell auch auf diesem Arbeitsblatt oder speziell im Zusammenhang mit Ableitungen, ist diesen Ausdruck auf der linken Seite zu faktorisieren, also in Linearfaktoren zu zerlegen. Dafür kann ich das Arbeitsblatt und den Videolernzyklus zu Linearfaktorzerlegung sehr herzlich weiterempfehlen. Wenn wir das hier in Linearfaktoren zerlegen, erhalten wir die beiden Faktoren x minus 2 und x plus 4 ist gleich 0. Zur Überprüfung, wir könnten das ausmultiplizieren und dann würden wir wieder das hier erhalten. Wie wir genau auf das kommen, dabei möchte ich noch einmal auf das Arbeitsblatt und den Videolernzyklus zur Linearfaktorzerlegung verweisen. Also gut, anhand dieser Linearfaktorzerlegung erkennen wir jetzt nämlich auch schon, welche Nullstellen wir hier haben. Und zwar ist das genau dann 0, wenn x entweder 2 ist oder x gleich minus 4 ist. Also wir haben jetzt hier 2 Kandidaten für unsere Extremstellen. Als nächstes müssen wir jetzt überprüfen, ob diese Kandidaten für Extremstellen, die wir jetzt gefunden haben, tatsächlich Extremstellen sind und wenn ja, welche. In einigen der späteren Videos werden wir noch Kriterien kennenlernen, wie wir das gut und eindeutig bestimmen können. In diesem Video werden wir jetzt einfach noch unser Wissen über kubische Funktionen anwenden, um das herauszufinden. Wir wissen, dass wenn eine kubische Funktion drei Nullstellen besitzt, wie es hier der Fall ist, die sind hier schon eingezeichnet, dass dann der Graph irgendwie so verlaufen muss. Also er muss ungefähr so S-förmig verlaufen, wenn x hoch 3 einen positiven Koeffizienten hat und das wäre genau umgekehrt, wenn x hoch 3 einen negativen Koeffizienten hat. Das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich nur noch den Funktionswert an diesen jeweiligen Stellen bestimmen und wissen dann, wo wir einen Hochpunkt und einen Tiefpunkt haben und wo wir den genau einzeichnen müssen. Wie gesagt, später wird es wichtig, dass wir bessere Kriterien dafür finden. Hier können wir jetzt einfach noch unser Wissen über kubische Funktionen dafür verwenden. Wir brauchen also die Funktionswerte von f an den Stellen 2 und minus 4, also f von minus 4. Also wir müssen minus 4 hier oben einsetzen und wir erhalten dafür den Wert 5 und f von 2, also wir müssen 2 hier oben einsetzen und erhalten dafür den Wert minus 4. Und aufgrund unseres Wissens über kubische Funktionen können wir jetzt sagen, dass wir bei minus 4 einen Hochpunkt haben und bei minus 4 einen Tiefpunkt. Das können wir jetzt hier oben noch einzeichnen, also bei minus 4 und 5 haben wir dann unseren Hochpunkt und bei 2 und bei minus 4 unseren Tiefpunkt. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Arbeitsauftrag. Skizziere den Graphen von f in diesem Koordinatensystem hier rechts, nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit und dann vergleichen wir noch die Ergebnisse. Also gut, um jetzt noch den Graphen einzuzeichnen, wie vorhin schon erwähnt, wir wissen schon ziemlich gut, wie der Graph einer kubischen Funktion aussehen sollte, wenn dieser drei Nullstellen besitzt. Wir wissen jetzt auch noch genau, wo Hochpunkt und Tiefpunkt sind. Wir wissen, dass wir irgendwo hier unten dann anfangen müssen. Dann haben wir hier unseren Hochpunkt. Dann geht es hier nach unten zum Tiefpunkt und dann hier wieder nach oben weiter. Meine Skizze ist jetzt nicht besonders schön, aber ungefähr so sollte der Graph dann am Ende aussehen.